Boah, nicht schon wieder. Ich musste aber lang. Alter. Ich frage mich, warum die immer dastehen, wo man langen muss. Und gerade dann, wenn ich zwei Anhänger dran habe. Ein bisschen touchiert. Scheiß Wetter für einen Start. Ähm. Entschuldigung. Huch. Ach. Scheiß Regen, ey. Was sind wir da? Noch 40 Meilen. Was sind wir da? Noch 30 Meilen. Was sind wir da? Noch 38 Meilen. Was sind wir da?